all my headshots willkommen zurück zu einer folge ls 22 im projekt drei über 100 ps aufgall fichter v2 mit meinem jay gamer moin und dem fabi so hier haben wir ja noch die das da oder wie man es auch wenn sie du kannst du dann er wegnehmen auf jeden von hier aus haben wir glaube ich gestartet oder passt perfekt und deutsch dann müssen wir noch kurz start und hier sehr schön 161 ist es so wie sah das aus leider verladen im august also wir wollen ja nicht in die feldarbeit gehen oder doch nie doch ich müsste doch ich glaube ich muss doch aber es war irgendwas dass wir nicht spulen konnten übermorgen ja ich bin auch an meinen dingen und was die nacken maus machen und du könntest glaube ich noch spuren aber es bringt uns nichts irgendwas weiter ja ein tag könnte man spulen und probleme aber es bringt nichts was wir haben morgen läuft was stimmt äh jacky hätte da einen grasballen auf einer wiese oder einen strohballen wie ja auch ne war doch heu oder ne ja halt ein heuballen und strohballen ja das weiß ich davon davon weiß ich bescheid dann ist er gut ja das macht einen kleinen topf hoch ich wollte ihnen hinzugucken wer da veranstaltet was am seetwerk wenn wir eine ketten segeln gehört das auch komplett mir ne das gehört mir nicht also ein heckgewicht wäre nicht schlecht für mein Haus kann ich das verkaufen warum sagt mir das keiner dass ich das baumstammlager verkaufen kann äh topw das baumstammlager kannst du verkaufen ja zu spät hat auch sie mir leider schon gesagt du anfänger ja aber nur ich will nur was dazu sagen das steht warum ja da kann man nicht rein genau wegen dem wegen was denn sonst das ist nicht mehr zum kaufen dann jetzt paletten in ständigen 6 noch 6 7 Stück dann geht es ja noch zwei vorne 2 Also da kann er sich Produktionen anzeigen lassen Was ja eigentlich alles an so Platzierbaren Objekten gibt Ja Fabi da gibt's einiges Ja aber halt von der Map meine ich jetzt Das stimmt, da gibt's einiges Na Denn Geh wieder dahin wo ich sie weh Fallen wieder man nicht, ich merk's das So jetzt noch zwei vorne Das Ding wär schon extremst geil Dann könnte ich komplette Stämme eigentlich In meinen Dings hier hinziehen Eine Seilwende brauchst du Ja das Gut dass du das jetzt sagst Jetzt hab ich vergessen das Platinium DLC mit drauf zu nehmen Ach man Ist gut Ich hab's dir aber gesagt Ja ja aber ich meinte eigentlich Ja wir haben hier so Front da der Anbaugerät Was halt auch an die 3 Punkt machen kannst Ähm So ne Klaue an so nem kleinen Arm Die würde halt perfekt dafür ausreichend sein Um halt Ja so ein paar Stämme Von A nach B zu ziehen Dynamite 100 Euro Oh ja okay das probieren wir aus Nein Doch Ist das mal ein Affe, Alter Ja jetzt löff ich den Ah Bruderboot schwinge dich rum Nö Also bist du Überall aber nicht bei einem Körper Was Ist überall aber nicht bei einem Körper Und selbst schon lange gelangt leider So Ich ist Jetzt grad wo ich da gegangen bin ey Du bist doch immer noch Hauptmann Anhänger So bist du nicht Doch Für Mir aber schon Hilfe Und fährt der KI-Verkehr so mittig auf der Spur Gabi der KI-Verkehr fährt mittig Musst aufpassen Pass du auf Ich lege dir gleich irgendwas in die Hofeinfahrt Das machst dann Bezahlst du Miete Ganz einfach Hast du wie du beim Händler Ich wollt grad sagen Dann können wir das ja auch beim Händler einführen Gehört das Grundstück beim Händler dir? Gehört auch das dir? Weiß ja nicht dass du das an uns zahlen musst Du kannst ja auch auf ein x-beliebiges Bankkonto zahlen Das ist das dann am Ende des Tages an uns überweist Das geht auch nicht Das hat sich ja nicht an uns Komischerweise Gegen hier dreisame Händler die dir gehören Nein Ich gehör nicht mehr Definitiv Ist aber egal Es steht aber gemietet von JG Also Ja Ja Junge Gemietete Sachen Ihr habt äh Drei Wochen gefühlt da gehabt Und BigPack Und drei Wochen von ich Und ich Und ich Ich Äh Der ist 25 Meter Wo war denn hier noch ein 35 Der hier ist noch 35 Meter So Vier Beine oben drauf Und da Ja komm Haben wir die erste Mission abgearbeitet Bring die Hufe M-B-Truck M-B Jetzt komm ich da nicht mehr hoch Jetzt komm ich da nicht mehr hoch Jetzt komm ich da nicht mehr hoch So So Und mit dem Lachs hier Jetzt hast du noch zwei Mal Da 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 Soll er zufrieden sein Gibt ja mehr Geld Aber Trotzdem Das muss man aber nicht mit dem Frontlader reinmachen Sonst hier Sonst gehe ich ab Ach ne Muss man nicht Ich hätte ja als Mission Diese Dinger gehabt Heißt ja nichts Die Mission hat ja nie was mit den Verkaufsdings zu tun Ja aber trotzdem Sonst würde es ja nicht gehen mit den normalen Missionsdingern Ja das Kann der Mod aber nicht beeinflussen Das Gibt bestimmt auch auf Karten Missionen die nicht funktionieren Ich sage es funktioniert Doch das doch ist wieder egal Ah sie ist es ich habe gesagt es funktioniert Jürgen ich sollte nicht lachen meiner Ja auch mal funktioniert es wirklich nicht Das wäre denn Hardcore ehrenlos Das muss ich hinfinden Ich nicht Müsse ich alles mit dem Frontlader rein schmieden Ach komm da fahren wir mal kurz vor Da fahren wir mal kurz vor Und dann Abmarsch in die Donnerglocken Stopp Joho So runter mit dem Apparello 60.000 Liter äh Weizen würde ich schon sagen Ja ja klar Lama dir fest Hoch damit 60.000 Liter äh Sillage Hat aber lange gedauert jetzt Junge Ja 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 Es hat komplett ergerungen Junge Ach ich hätte eigentlich einfach nur in Inspektormod gucken können Ja was wohl schlau ist ja nicht Ich weiß dass ich überschaut bin Aber mehr weiß ich nicht Oh Ja genau Weißt dass ich hätte ein Frontgewicht da anhängen sollen Hilfe Weil du musst ein Frontgewicht anhängen Ach Dankeschön 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 Hab nicht gefragt du Sauber Hast gesagt Ich hätte Gesagt Genau da haben wir es Haha Mensch Na ja Na ja Na ja Aber das ist ein geschraubter Oberlenker ist der ganz schön beweglich Hm Also Ossi habe ich ja eigentlich die L.U. bei dir Glaub nicht ne Das ist gut Ich könnte nämlich gleich irgendwann vielleicht bei dir im Acker landen Woher Wohnenfeld oder was Das wäre dann ein teurer Schaden hier Weiß es noch nicht ob ich da lande und wann ich da lande Okay vielleicht sollte man nur einzelne Bäume damit schleppen Geht dann deutlich schneller vorwärts Hm Wenn wir jetzt noch ein Ball übergeblieben Silage Ball Dann hätte ich nicht gewusst mehr wohin Weil der Handlinger ist pralle voll Also pralle pralle Fährt einer von euch grad zu seinem Hof? Nö Sehr gut Ich war jetzt gleich zum Die Straße wäre so doch dicht Jawohl Abzunehmenort 5 Ja 5 Minuten kannst man den Hof haben Ja gut dann bin ich weg So Anhänger fahr nicht ohne Trecker fort Ja oh So So und auf welcher Wiese sind wir? Frage 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 von Frauen 158 Dann Mission 158 158 E-Händler-Ballverkauf 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 Ich hab nicht gefragt dafür WHAÖ onion Du hast ja aber gefragt Wo ist das? Ja ich hab aber nicht ähm Apth bblöd gelaufen wat Junke Ich bin gerade losgefahren ohne Spanngurt. Und, ging gut? Ja, fürs Losfahren schon. Ich weiß nicht, was passiert nachher. So, jetzt diesen Bumsab-Game hier. Was für ein bisschen Hof? Frei, glaube ich. Nimmanslandhof. Das sieht gut aus. Da müssen wir nur klicken. Hoch, zwei. Hoch, zwei. Und, ich möchte viel Spaß. Das ist falsch. Ich möchte viel Spaß. Als wäre es so richtig. Der W-Trag, der hat Leistung so richtig. Locker. Naja, es geht. Aber. Der kann es jetzt nicht den Beter vergleichen mit dem IAC. Ja, das ist richtig. Jetzt habe ich ein Problem ohne starken Bauer. Das Problem kenne ich jetzt auch gerade. Nein. Warte mal. Ich muss irgendwie gehen. Goat. Hilfe. Wie? Hier ist der Trigger nicht. Wo ist denn der Trigger von diesem Bein hier? Wer hängst du denn hier, guter guter Kollege? Du darfst diesen Baum hier nicht fällen. Aha. Wo darf ich das denn? Diesel ist teuer auf der Map. Ah, jetzt. Da ist der Bein. Wegschmeiß Ding. Wegschmeiß Ding. Was ist aus dem Nichts kam? Ja, ja. Das war aber gerade keine Situation hier. Aber guck mal, Freunde, ich würde sagen, das war's für meine Folge. Wenn das die Folge von das, geht um ein Däumchen da. Schaut auf die Beinsteine schon vorbei. Bis dann. drauf auf den Lager. Ciao. Tschüss, Leute. Tschüss, Leute.